alle tot noch einer denkst du du bist cool oder was der general der general ja ist klar jetzt hier mal überfahren ja ja tut es hier drin ja schon die ich wieder spür den general auf mit konik wir müssen den wir müssen die general ausschalten ja die fahren mit dem auto hier rein da rein hallo schieße alter weiter geht nach unten ein hamburger ist gut schauen die du fotze erschießen mich ja ich habe das noch nie bei ihr gemacht ja wie kommen die jetzt hier rein ich bin kaputt schon wieder weil irgendjemand bestimmt so ein auto zum explodieren gebracht hat ich war das nicht weiter geht mit den ganzen dingen ja wir müssen dann sofort gekommen mit von mir sprach scheiße die schießt mich alle ab ich bin unten ja aber nicht wir müssen zusammenbleiben du läufst immer weg jetzt wieder im einkaufszentrum nein nein okay tot und jetzt ich sehe den general sogar oh ja man alles englodiert ja jetzt egal ob wir sind jetzt im stern center gett Ruh, weg hier! Dich krall ich mir. Ich treff dich auch voll. Ja, Zivilisten töten. Wir müssen nach unten, Nick. Wir müssen die Teppe nehmen. Okay. Wir sind nämlich anständig. Yo! Gar nicht gesehen. Muppenkinder. Ja, wieviel sind denn jetzt da? Jetzt schmeiß ich mal den Doctail rein, ey. Och, komm! Überfahrt mich doch noch mehr, ihr Hundekinder. Die war teilen voll, ne? Scheiß Deckhaus, arsch du Hundesohn. Du auch, Mann. Geil, ich hab nen Donut. Ich hab nen Hamburger. Kommst du jetzt nach unten? Ja, ey, kommst du mal nach unten. Ich bin doch schon unten. Ich mein auch nicht dich, ich mein wollte ich nur nachhören. Achso. Spielst du wieder Echo? Wieder Echo? Da ist der doch, dieser Papst oder General. Genau. Dieser Papst. Ja, überfahre mich noch mehr. Yo, tot! Ja. Voll die Missgeburten, Alter. Ich glaub jetzt mit Pappkarmrunde rum. Yo, guck mal! Jetzt solche Hundesöhne. Wie kommt die im Einkaufszentrum mit Auto hin, ey? Nächste Frage. Nächste Frage. Bam! Scheiße, jetzt sind ich. Okay, wir sind's. Ja. Schön. Bevor wir noch einmal sterben, geh ich lieber in den Checkpoints. Ui! Yo! Ja, guck mal! Ist klar! Ich liebe den General, ja? Sei vorsichtig! Ich geh hinter den immerhin so so ne Mauer und dann... Ja! Da kommt noch mehr, ey! Das ist so... Eine Rotze! Schmeiß Molotow-Cocktails auf die. Hab ich nicht. Ja, aber ich... Boah, das ist so ein blöder Panzer. Bleib hinter... Ja, mit dem Panzer hab ich die fertig gemacht. Geil, ich kauf mir jetzt Hamburger. Ich hab einen. Tot! Scheiße! Help me. Ups. Alter! Guck mal! Das ist voll Schietzerei! Ich driss mich auf! Mhm! Wo ist der General? Wir müssen den General ausschalten! Der ist unser Karre! Die Panzer! Yo! Wir sind auch... Wir sind auch... Wir sind auch noch irgendwo so welche gefahren. Irgendwo. Ich... Ich seh... Irgendwas. Ja, guck mal. Wir machen keinen einzigen Schaden. Scheiße! Ich seh... Vielleicht auch noch irgendwo... Also eine Bulldogge. Ja, geil! Wir haben nur Quatsch. Ist klar. Kacke! Ich bin kaputt! Ja, wunderbar. Ja. Failed! Failed! 15, 14, 13... Bist du denn? Schnell! Nicht mehr viel Zeit! Okay. Okay. Ich bin kaputt jetzt. Wir gehen auch mal auf den Quads. Da sind wir sicherer. Kommst du? Ja, nicht warte! Gleich stehst du wieder! Da! Ach so! Komm! Weißt du, so... Du brauchst einfach zu lange! Jetzt mach den Ball fertig! Fick den, man! Da! Schaden hat der schon! Ja, dann schieß weiter! Kaputt! Jetzt ist er am Arsch! Jawoll, wir haben den gleich! Der brennt schon! Ja, aber wie wenn auch... Der ist kaputt, der ist aber kaputt! Jawoll, geschafft! Nein, wahrscheinlich noch nicht! Scheiße! Ach doch, jetzt! Ja! Ah, nun! Patun! Glaubt er seine... Ha 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 ha! Das ist es, huh? Sein' as we stole dey drugs, cornered the Lower Dust Market, took dey territory, and killed dey leader, I'm pretty sure the sons of Sambi are fucked. So... How'd I do? Well, he's dead, and you're not, so I'd say pretty goddamn good. So you think I could take Gat? Not on your fucking life. What about Pierce? Probably not. Veteran child? Seeing as he's dead, I'm pretty sure you kick his ass. You're an asshole. Och nein! Umweltverschmutzung! Oh nein! Boah, direkt... Boah, was haben wir gekriegt? 50.000! Boah! Das sind ganz viele Pfennig! Groschen! Groschen! Wir haben diesen Cut-General's Bulllatch freigeschaltet. Ja, geil! Die ist jetzt in deiner Garage! Die Fahrzeuge haben wir auch jetzt freigeschaltet. Die Samedi ist jetzt zerschlagen, zähl mir die Kleidung auf. Schauen wir, schauen wir als Begleitung freigeschaltet, ruf sie dann an. Ja, ja. Nö. Mach nö, nö. Ey, ich will die Anführerkleidung haben. Sollen wir, wie? Was willst du haben? Die Anführerkleidung? Ich... Fahren wir erstmal zu unser Domizil, ne? Fahren wir zum Kleidungsgeschäft erstmal. Nein, Domizil. Aber das ist wichtiger. Nein, erstmal Domizil, bitte. Was ist das für ne Treppe? Guck dir das mal an, ey. Ja. Wie, wie kommt man jetzt hier raus? Was ist da? Da vorne, oder nicht? Hä? Ja, äh, guck mal. Da hinten, da hinten. Wo? Müssen wir jetzt den perfekten Weg dahin latschen, oder? Oder wie? Letzt... Hier gibt's auch Kleidungsgeschäft, Nick. Ah, okay. Nein, ich will. Oh, toll. Ja, komm, geh rein, Fettsäge. Oberkörper, Anzüge. Na, Hotdog, Ninja-Anzug. Hahaha. 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 Okay, warte. Gibt's ja Farben? Nicht mal braun. Nimmst du den Hotdog? Naja. Könnte man so sagen, ne? Weißt du, ich bin jetzt ganz ruhig, ne? Ich hetz dich nicht. Ja, das ist lieb. Nicht so wie du mich immer, Albert, mach endlich, oder ich winke dich um. Und dort deine ganze Familie aus. Nein! Schon wieder abgeschmiert! Jetzt wirklich? So, dann sind wir wieder da. Da ist mir gerade doch Saints Row abgeschmiert. Also, Notiz an mich. Keine Outfits mehr suchen, sondern nur noch andere Kleidung, ja? Also nicht mehr auf Outfits gehen, oder so. Das wäre irgendwie scheiße. Jetzt sind wir wieder so im Domizil. Domifil. Domifil, ja! So, und ich war doch Albert. Da ist er schon. Ja, Moment. Nein, ich bin nicht, ich bin eben, ich bin... Nein, ich bin nicht, ich bin unten. Ich weiß. Oh, guck mal, der macht unten die Hacke treten. Da guck ich mal, was haben wir denn in der Garage. Bulldog, Denville, Siletto. Ich hab schon ne Idee. Fahrzeug zurück. Oh, wo ist das Anzug? Haben wir gar nicht. Ja, da stand doch, wir haben den, äh, Anführerkleidung. Ja, warte, ich komm gucken. Leute, wenn, 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 ihr wisst, wie, wie das geht, dann sag ich jetzt mir bitte. Warte, ich gucke. Wo man den Anführerkleidung kaufen kann und so. Warte, ich gucke gerade. Weil, weil ich bin gerade voll taugig und so. Weil, weil der hatte voll cooler Anzug und so. Voll, voll weiß und schnieke und so. Warte, ich gucke eben auch mal. Ja. Ja, vielleicht müssen wir den noch kaufen. Ja, bitte. Aber ich will so. Äh. Und da Anzüge, ne? Anzüge, nichts. Ja, ich hab nur diesen Ollen da, diesen Scheißhaar. Ja, hab ich auch. Kommst du jetzt? Ja, dann gehen wir gleich noch mal in Kleidungsgeschäft, ja? Ja, aber das gibt's nicht überall, ja? Nein, nicht für wegen, ja, wir gehen mal gucken für dich. Und dann gehen wir für mich noch, ich musste mich eine geile Sache holen. Die hätte ich gerade schon auswählen können, aber dann war ich mal wieder zu neugierig. Ich schwule Stück Scheiße. Ich weiß ja nicht, wo der Einkaufszentrum ist. Ja, das Einkaufszentrum. Äh, überhaupt nicht. Warte. Da. Kleidung vermeiden. Und, ich glaube, bei unserem Rack... Nein, das ist nicht groß. Wo bist du? Komm. Ja, wir können ja fliegen dahin, Nick. Na, ist egal. Ich glaube, das geht dann schneller. Komm, Mann. Moment, ich lag gerade. Ich auch. Äh, ja. Du bei mir auch, irgendwie. Jetzt nicht mehr. So. Fahr weiter. Chivo? Nein, du sollst weiterfahren. Das ist euers geile Auto. Aber wir müssen Einkaufszentrum fahren, weil da ist das nur. Ja. Wir können das kaufen. Geil, ich kauf das. Was könntest du kaufen? Oh, das musst du machen, mach. Kauf das. Dann kaufen wir den halt. Gekauft. Gekauft. Hey. Ja, Moment. Wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das im Einkaufszentrum machen. Warte, warte. Äh, komm ins Einkaufszentrum, dann. Wo ist das denn jetzt? Also, ein bisschen Zeit für uns muss auch sein, Zuschauers. So, ich hab keine Ahnung. Ich wollte ja mit nem U-Tower fliegen, damit ich es besser erkennen kann. Aber nein, du bist ja wieder die Oberzicke. Hm. Hm. Ja, wo ist denn das Einkaufsscheiße da? Fahr zum Dumizila, dann holen wir den Hubschrauber. Ja, gut. Dumizila markiert. Und das geht auch viel schneller. Wuh. Ach, scheiße. Jo, geiler Kackhaufen, ne? Das ist ein Steinhaufen und kein Kackhaufen. Ach, nein, das ist ein Kackhaufen. Wir können auch Tattoos machen, ne, Nick? Ja, mach ich nicht. Eu nicht. Wuuuut. Und jetzt lege ich wieder, nein, doch nicht. Oh ja, überfarmlich. Ja, ich bin noch ein mehr drin. So, nach oben. Was hast du da mit Meerehubschrauber oder wat? Wir haben nur einen. Gut. Was? Wie fliegt man nochmal? Ja. Warte, ich suche inzwischen das Einkaufszentrum, vielleicht. Ich denke mal irgendwo in der großen Stadt, mal gucken. Irgendwo da hinten, ne? Schmuck ist hier, Waffennaden. Forgive and forgot. Weiß ja gar nicht, was das ist. Das ist schon neuer. Kirche oder so. Fight Club. Universitätsloft. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist das scheiß Einkaufszentrum? Ich denke mal irgendwo da hinten, oder? Warte. Ich habe ja hier noch einen anderen Bildschirm. Da cheate ich mal. Und gucke... Moment, ich gucke da eben, wo das Einkaufszentrum ist. Google. Saints Row 2. Jaaaa... Komisch, ne? Ich wüsste in wo das jetzt ist. Powerful shoots komplett gelösen. Nee, ich weiß nicht, wo ist das? Sie tun mir le Regent. leid ich weiß auch gar nicht wie das von außen aussieht aber man muss das ja da ist es nicht da ist aber ein kleidungsgeschäft lass mal da reingehen ja okay wir haben einen Hubschrauber hier ist es ja da ich fliege mal ganz nahe eine Tür runter stört niemand ne ich fliege mal ins wasser nein ich soll mal noch mal runter ja ich weiß ja nicht wie man landet auch so mit leertaste ja immer noch ich habe jetzt abwärten vorher die ganze scheiße hier explodiert ich hab ich hab exakt gelandet ja hier gibt sogar anzüge geil tja ne da hast du dieses ninja outfit ist gut man du musst gucken was hier ist ist das geil mercedes also hier ist es auf jeden fall nicht ne guck mal anzüge und anzüge geil aber mach schnell sonst schützt die da ab ja anzüge ja wir so weiter überall bogen kleidungsgeschäft ist wo war das einkaufszentrum warte ich guck mal vielleicht auf der map oder so da habe ich heute was hupschrauber anzüge hupschrauber anzüge hupschrauber anzüge ach so danke du bist ein hempel weißt du das aber aber einkaufszentrum hupschrauber anzüge warte ich guck auf der andere map so google sains row 2 ähm einkaufszentrum oh nein einkaufszentrum map einkaufszentrum ne finde ich nicht mal pisch gehabt boah schönes auto hier von den ronin ups ich bin im wasser ja warte ich fahr mal eben rechts ran oder auch nicht und guck mal ja ich hab's gewonnen komme wo denn äh nordschore marina super das ist glaube ich nicht oder nee das ist das nicht oder da gibt es aber auch ein kleidungsgeschäft vielleicht gibt es auch anzüge ja ich komme da hin oh hier jungliert einer ich komme jetzt da hin äh ich kann nicht fahren ja das wussten wir schon alle nö 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 n und reales spiel gibt es auch nicht hier hier gibt es nur ein bord ich glaube ich dass sie das einkaufszentrum ist stillwater gift shop das ist da das ist ein unterbezirk ja ja folgt mich noch weiter ja warum jetzt was hast du gemacht nix ich habe ein paar menschen vielleicht ja toll und jetzt bin ich verhaftet aber jetzt bin ich weg vielleicht ist das da irgendwo ich sag dir wenn ich es gefunden habe so ein ist das doch dieses einkaufszentrum nein unser was größer ich kaufe anzüge sowas gibt es hier schon wieder das gleiche jetzt was sage ich dir ich habe doch gesagt das wort man also dieser part wird ein extra extra large ja ich suche ich war gerade dahin folgen mir einfach wenn du kannst ich weiß ja gar du bist guck auf die karte ja einfach in kreis gefahren jetzt wer ist ich so jetzt suchen wir mal hier frügelknabe unbekannt stillwater you gift shop ja das meine ich ja was spielpause ist gar nicht klar gerade eben auch eine sekunde ja das ist aber voll schlimm ja die soll die tastenbelegung hier ändern nein sollten die nicht doch sollten die nein doch nein doch nein doch doch Albert doch nein ah wasser ja ich wollte doch noch mehr rein aber du ja nix nix hab ich nie gemacht ja nix ja nix boah hallo geklaut ne michael oh wir machen hier voll viele insiderwitze und kein arsch weiß was wir meinen oh geil hier gibt es sogar shockcar brennen 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 oh wie komme ich jetzt hier hoch ich habe jetzt die idee gekriegt toll ja und jammingburg hat etwas eingesammelt hast du übersehen hast fick dich deine mutter jürgen oh ne das ist das auch nicht oh man es ist kein einkaufszentrum das ist äh studentenpalazzo aber wo ist das denn die scheiße ja hier gibt es auch nur scheiße wozu brauche ich das gute frage nächste frage ich bin sogar so taurig ich ah das ist sloppy seconds glaube ich nein sloppy seconds war der erste wo wir waren ja schau mich noch mehr an hi wir waren jetzt schon überall bis jetzt wasser da wäre ich fast hingefahren ich fahre irgendwie überhaupt überhaupt nicht auf die falsche straßenseite ja 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 lass uns mit der mission anfangen Ja, mach du schon mal, fahr du schon mal hin. Ja. Hui. Auch nicht, nö, stimmt. Ja. Universitätsloft steht auch noch da, ey. Sloppy Seconds. Abgreifen. Ja, wo ist es denn, ey? Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Das gibt es nicht.